Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 53 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Enumeriere auf den Herkanalen. Der Schmetterling sitzt auf einem Blatt. Fjärilen sitter auf einem Löw. Das Eichhörnchen ist im Vogelhäuschen. Das Eichhörnchen ist im Vogelhäuschen. Eckhörn är i Vogelmataren. Das Spiel ist mir zu kompliziert. Das Spiel ist mir zu kompliziert. Das Spiel ist mir zu kompliziert. Spielet er verkomplicerat für mich. Wir haben ein neues Mikrofon im Studio. Wir haben ein neues Mikrofon im Studio. Wir haben ein neues Mikrofon im Studio. Ich freue mich auf die Pasta. 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 Akupunktur hilft bei akuten Schmerzen und chronischen Beschwerden. Akupunktur hilft bei akuten Schmerzen und chronischen Beschwerden. Akupunktur hilft bei akuten Schmerzen und chronischen Beschwerden. Das Schiff mit den Containern liegt im Hafen. Das Schiff mit den Containern liegt im Hafen. Ich kenne schon viele Buchstaben und Zahlen. Ich kenne schon viele Buchstaben und Zahlen. Ich kenne schon viele Buchstaben und Zahlen. Im Urlaub an der Nordsee baue ich mehrere Sandburgen. Im Urlaub an der Nordsee baue ich mehrere Sandburgen. Im Urlaub an der Nordsee baue ich mehrere Sandburgen. Im Urlaub an der Nordsee baue ich mehrere Sandburgen. Im Urlaub an der Jahre habe ich viele Bücher angesammelt. Im Laufe der Jahre habe ich viele Bücher angesammelt. Ich beobachte die Vögel im Garten mit einem großen Fernglas. Ich beobachte die Vögel im Garten mit einem großen Fernglas. ich beobachte die Vögel im Garten mit einem großen Fernglas. Ich beobachte die Vögel im Garten mit einem großen Fernglas. Ich tittar auf die Vögel im Garten mit einer großen Fernglas. Was soll ich heute anziehen? Was soll ich heute anziehen? Was soll ich heute anziehen? Was ska jag ha på mig idag? Das Quellwasser ist kühl. Es schmeckt mir gut. Das Quellwasser ist kühl. Es schmeckt mir gut. Källwattnet är svalt. Det smakar gott för mig. Brauchst du wirklich noch eine weitere handtasche? Brauchst du wirklich noch eine weitere handtasche? Behöver du verkligen en till handweske? Es ist Erntezeit. Der Bauer ist mit seinen Maschinen auf dem Feld. Es ist Erntezeit. Der Bauer ist mit seinen Maschinen auf dem Feld. Es ist Erntezeit. Der Bauer ist mit seinen Maschinen auf dem Feld. Det är skördatid. Bonden är på fältet med sina Maschiner. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Här kommer Repriser. Ich helfe beim Kuchenbacken. Ich helfe beim Kuchenbacken. Ja hjälpe till att baka Tortor. Ich presse Orangen aus. Die Orangenpresse ist gelb. Ich presse Orangen aus. Die Orangenpresse ist gelb. Ich presse Orangen aus. Die Orangenpresse ist gelb. Ich habe nackte Füße. Ich habe nackte Füße. Ich will nicht darüber reden. Ich will nicht darüber reden. Ich will nicht darüber reden. Die Kinder sind müde vom Spielen. Die Kinder sind müde vom Spielen. Die Kinder sind müde vom Spielen. Barnen är trötta på att leka. Mamas Schuhe sind zu groß für mich. 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 Annegret rasiert ihre Beine. Annegret rasiert ihre Beine. Annegret rasiert ihre Beine. Annegret rasiert ihre Beine. Ich beobachte alles genau und mache mir Notizen. Ich beobachte alles genau und mache mir Notizen. Ich beobachte alles genau und mache mir Notizen. Ich beobachte alles genau und mache anteckungen. Vergiss bitte nicht diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns ein Like. Ich beobachte alles genau und mache mir Notizen. Okay I keep going mit dem. Dust nur hierdiseOOM.